ja hallo hier ist der leiner das geht erstmal herzlich willkommen an alle und ja ich muss mich erstmal begarten oder also erst mal dankeschön an die leute die das letzte video richtig schön kommentiert so richtig schön ist ein neckerchen kommentar da gelesen so richtig dann durch wirklich danke danke dafür und ja ich dachte wir spielen heute mal wie diese drei bis die und die muss auch direkt die musste der loswerden ist muss ich ihnen so gerne erzählen ich glaube nichts was mir heute wieder passiert ist es ist unfassbar so die stadt erst mal dann mir geht sofort los also dass man sich immer schwierig wird einfach lassen es könnte ja was soll tage dauert fünf ok steuern bitte was du musst in dem spiel steuern kann man aber auch ganz was man ja kommt bis in kestet viel prozent gewollt in dem it okay so damit kann man nicht schieten wir wollen nicht schieten übrigens auch da kann nur im boden steht werden das wird mir gesorgt da wird mir gesagt aber einer ja oder wenn du das spiel spielt dann war ein benutzer definieren des spiel und macht das häkchen bei nur begrenzt viel tragen an auf den ganz einfachen rund sonst wenn es zu denen klinker am sack wenn du später packen dies also jetzt heute sagen wir gehen mit der holzer so ja alles klar ist klar gesetzloser natürlich das heißt wir können uns auch klopfen das ist sehr schön vergiftung temperatur schnelles handwerk ja ich schätze mal das lassen die alles so nennen und dann waren wir jetzt liefgarten ich habe nur der ich weiß nicht euch geht aber mir ist wieder was richtig geiles passiert was richtig richtig toll ist das sind bei denen auch noch ausreden da kommen wir damit so dies bin jetzt dann leider erzählt so muss ich erst mal gucken wir haben der großeinstellung ist dass die wieder ein das sind so heftig ist so wow also das sieht ja grafisch richtig gut aus ein neues leben das kenschen wir auch mal nicht mal ein neues leben halt pass auf gehe direkt los wo sie denn in der täte also da war die heute da war letztes mal lust ein bisschen weiter für ausholen ja nur damit ihr mir folgen könnt besitzt namens auf couch ich und meine liebe frau ja und da sagt meine frau so genau weiner was wissen wir denn heute und und dieser jahre du schatz keine ahnung wir lassen so was bestellen ja ist in ordnung dann haben wir mexikanisch uns bestellt ja und jetzt fragen sie auch woher der ausdruck kommt das trend zweimal wird ja wurde tat zweimal gebrannt aber ich war da richtig leckeres essen also kann ich mich nicht mehr ja das schild in schild aus nähen so das war richtig richtig leckeres so richtig das werde ich mir doch bestellen das ja also der kleiner der günstige richtig ins land rüber passen so richtig äh nächsten tag stehe auf meine alte wieder ich meine meine frau wieder so ich guck ruft zwischen haus den nachtel bis der tag kathol antwortet es ok gut kann ich ja nix dafür weil ging es da auf toilette so dann geht sie mich schön auf der früche geputzte wc fangen zu drücken dann gehen wir das das war ja mal wieder klar jetzt fängt an zu kriegen so gott sei dank wir haben ja nix am haus und so weiter an ist und dann können wir ja ich nach der fernpfiff her mein gut ich mache per fern spreche und sage ihm was ist amazon ja warte kurz oder nicht ab paket vor der tür ich bin gerade auf dem wc ich komme gleich kein ja kein nein nix geht ja noch mal ist doch wohl was ist amazon ist so ich bin auf dem scheitzhaus jura wann soll ich denn machen nächster tag geht bitte vor der tür ja ich komme gleich wo ist der das kub neben mein gott ja ich kann hier nicht weg so kreide ein blitzes mal oder jetzt jetzt glaube ich da würde ich aber also wenn es eins ist was mich nicht aufwegt ist wenn ich morgens nicht in einer ruhe auf treten den könne boah red ohne scheiß ja das macht der reino klemmt sich ein stückchen kohlpapier zwischen die popacken und läuft mit halb untergelassenen hosen zur haustür ich reise die haustür auf guck ihn an und sag was ist junge verstehst du mich nicht ich habe gesagt legt das paket vor der tür er gibt mir das ist so verstehst du mich nicht und er so na na nix ist so ja okay gut ist so vielen dank dass sie gewartet haben ja und danke schön dass sie nie in mein paket gebracht haben ich werde mich jetzt wieder auf toilette begeben ja daraufhin ich weiß nicht wie gesagt ja mit nicht verstanden also ich habe es wirklich gar nicht verstanden sollte hat nur gegen quince ist umgedreht und habe ihnen doch ein euro gegeben weil also mit wagen und dann bin ich wieder zurück auf das passiert mir wieder nur wenn ich alleine zu hause bin dann muss ich denn das passiert mir nur wenn ich alleine zu hause bin weil normalerweise klingeln die ja nicht das haben wir ja schon mal geklärt das ist ja das ist ja auch wieder so nie kostet die würde jetzt nicht zu nahe treten aber du kriegst wie ein ein parfüm und legust ne das heißt wie das heißt das moment wie heißt das denn das heißt unisex ne ja ja ok klappt mir die ihr diga du alter 50 glaubt wäre ich auch gerne nochmal nice die diese augen ich hätte nicht gedacht dass ich es je wieder sehe eines blau wie der himmel und das andere als die einkluten wurde diga fällt mir bitte nicht zu nahe hier geht es dir gut für sich aus als hättest du einen geist gesehen lustig meine großen kratzen immer ganz genauso befrieden mhm ja komm die großmutige ist am besten also bist du kein geist gut ich war kurz davor ihr sorgen zu machen haa aber deine augen du siehst groß wie er hm tut mir leid du hast mich wohl mit jemandem verwechselt ich bin neu in der neben kleine östchen ah ok also hier in dem game sollte es ja darum gehen irgendwas aufzubauen ne ein schlankreiches dörfchen aufzubauen oder so äh was du kanntest meine mutter wow der sohn von wonder nicht wahr der neffe von jordan diga ok nicht wirklich aber ich habe von ihm nicht von dir gehört wir sind uns nie wirklich begegnet jordan wollte seine familien lieber getrennt halten was heißt denn familien boah er hätte dir so ein asem ne boah dafür würde ich auch alles geben halt fast im schluss ich fürchte das verstehe ich nicht äh das wirst du bald warte was meinst du mit kanntest geht es dir gut verdammt verdammt diese welt sie kann so grausam sein wie sie schön ist das tut mir leid mein junge niemand sollte so jung schon sein leben leben verlieren das steht da am lieben kann man ohne ist doch ein schreibfehler das ist doch ein schreibfehler das sollte doch ein leben heißen ne nicht geben ja mein gut das geht ich mache auch schreibfehler und meine frau ist dann immer so nett ja man sagt sie mir was ich verkehrt gemacht habe obwohl ich schon weiß ich nicht wenigstens 100 mal gesagt habe sie soll da bitte sein lassen aber naja das ist ja erwachsen von dir ich bin sicher sie wären stolz wenn sie dich hören können du hast mein Onkel nur dann gewählt eigentlich bin ich hergeguckt um ihn zu finden Digga was ist das denn hier jetzt muss ich jetzt hier ist denn hier also wenn ich eine Geschichte vorlesen soll ja dann kann ich mir einen Podcast machen so ne Oaximio Digga ich heiße das Aaximio ok ja 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 ok wir klicken das jetzt einfach mal alles können wir durch zu hören ok wow Rohstoffe sammeln eine grundstoffe können in der welt ist gefunden und gesammelt sind am einfachsten zu finden wohingegen steine und kräuter etwas schwieriger zu entdecken sind das ist das denn schon wieder finden nur die stecker liegen überall auf dem boden rum aber steine nicht oder wie okay das heißt ich muss jetzt stock und stein sammeln hallo hause ja was bist du denn für den wälder hause ja an du geh nur wäfer ja die deine eltern die hatten sie aber die waren aber auch ganz schön getrunken ja wie geht es dir denn ja hallo romantik alter 30 da bist du so alt schon 30 war 30 im mittelalter ist eigentlich schon so das alter wo man eigentlich schon mit einem fuß ins raken hat ich meine die wilde mittelalter glaube ich bin nicht so bald geworden aber egal weil du willst keine romantik warum denn nicht du hast noch dass du den reimer das doch rein aufschauen erst mal spielen hier ja das war ein bisschen romantik doch mal hier es tut mir sehr leid aber du bist ein bisschen zu jung für mich was das ist das lachlan darf eine frau sagt zu mir ich weg und so jung ohne danke du hast du bei mir okay dann auch wieder sehen ich gehe jetzt erst mal stecker suchen so was ist hier 2 2 3 das macht ja spaß war das ist ja wieder ein spiel vom reiner ja sammeln alles sammeln ich kann ja alles pflücken und sammeln oder gefühlt ist ja schön die ja in den stark schreien die entschuldige mich ich habe heute viel sprachfehler irgendwie das lief vielleicht daran von bis allein und die ganz fit bin der abweg ist so wieder für dann gebrannt dann war ich wieder gestern für unterwegs wie gesagt richtig viel angebrannt aber das muss ja auch mal sein ist ja wochenende und ich habe ja auch richtig lecker urlaub da passt so um einen baum zu fällen brauchst du eine axt okay das ist das klingt logisch ja also das klingt ja nur gif wie mache ich jetzt einen stein axt nee tap nee auch nicht wie b nee verdammt jetzt habe ich weggedrückt und weiß nicht jemand das rad öffnet das klingt die kann ich wenn man kann ich heute hier boxen wie er möchte von einer nur aufweige gekriegt er möchte nur aufweige haben nicht auf die betasche gehen nico ja schade heute gibt keine klatschen vom weiner das ist aber auch nicht schlimm denn ich muss jetzt erst mal gucken wie ich hier der drehchen öffne ja wie öffne ich das denn so okay handarbeit gegen handarbeit ich hätte vielleicht hätte man die herstellung seit auch noch ändern können ja noch nicht heute kommt so ah ok der von mir die dings sei nur die versteht was ich meine mit äh die versteht was ich meine mit 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 solche sachen passieren doch jedem schon wohl oder gemein ich bin echt froh und dankbar dass wirklich schon kommentiert wurde unter meine alten videos oder alten anderen videos ja da hätte ich niemals mit gedacht war eigentlich ist es ist youtube überfüllt mit mit gaming sachen und so was alles nett und ich habe mir jetzt auch einfach nur wieder feiner und da doch jetzt einfach mal er du wolltest also die sommer was neues lernen also würde viel dank für euer feedback wirklich dankeschön das vorteil genau und es wird sogar in den kommentaren auch schon vorgeschlagen man deutsch spiel zu spielen nun das sei kostenlos da werde ich nicht danach ja mal dran begeben sowohl ja das lach ist nenn ich auch nenn es trifft sich mit den mädeln die gehen dort wieder irgendwo essen dann soviel zum thema und tourgruppe ein soviel machen wenn essen habt ihr leider seine ruhe da kann ich mir vielleicht immer dazu wieder gucken noch ein zwei lutschen dabei und dann hast du dann könnt ihr gerne mal wenn ihr so schreibt freudig seid könnt ihr gerne mal in den kommentaren anschauen was euch so passiert ist nur was lustig ist soweit ich glaube auf dem scheiß raus zu sitzen ja und dann kenne ich glaube das ist jede show passiert wenn das ist jetzt nichts neues so wasser fässigkeitszufuhr ach so es muss ja auch essen und finden wo wohl nicht ab da unten da ist naja ich weiß ja nicht die g also einfach so aus dem sie zu süpeln ob das so gesund ist das lassen wir jetzt einfach mal auf die kuh zu wollen befählen fünf stück ok doch machen wir jetzt fälle jetzt zu wollen so also die sollte sagen da hat er vielleicht schon mal gehört wollen mein dialekt ist so ein bisschen hey komm ursprünglich aus dem tiefsten westen mit die aus dem tiefsten westen ne dem als berg und da spricht man auch und da so ein bisschen wie gesagt fast jedes bundesland hat ja so sein eigen dialekt wir sagen halt immer kohle oder ohne so und das wort ohne ist jetzt eigentlich kein schimpfwort das heißt eigentlich sogar die ja die gar nur wir sagen halt ohne dazu an oder das kessel nein das heißt so viel wie das gehst du dafür oder wie toller ist etwas ne und ja wir sind halt die tschubiwurst nation der pommes tschubiwurst und äh ja aktuell kann ich aber nicht in äh im tiefsten westen ich bin nach bayern gezogen aus dem ganz einfachen grund der eine oder andere kann sich denken ich hab meine a meine frau habe ich hier kennengelernt ja und die bayerische luft der bayerische welt die heute gibt nix bis es ist hier kann man sich richtig da holen zumindest wenn man dann ist halt spaß wird was alles nur spaß würde wenn ich da hier wird auf idee kommen zu verwegen nicht wenn du es wird eine schein hier für einer liebe meine frau gelesen wenn der ein tag um hat lustige geschichten überzugen so das macht mir aber sehr viel spaß das spiel ich glaube ich werde dann ohne zwei davor von aufnehmen und dann weil ich habe ja jetzt dann nicht noch nichts gehen also nichts daneben so ein bisschen also ich will ja auch mal ein bisschen hier in so spiel reingucken wo sie aber ganz schön fehlen und sie später lebt okay dann nehmen wir weht auf ist doch kein ding jetzt muss in holz und wie war das noch mal eine reiz gebäude das gebäude mit mir kann über das baum mit ihm aufgerufen werden fehle das gebäude aus dass du reich erst reichten wird errichten möchtest oh mein gott ja also ich glaube ich brauche erst mal schönes konterbierchen nehmen wir erst mal erst mal die nutzen gleich so okay dann nehmen wir jetzt aber wo ist denn mein rammer mir für den winter ist immer gleich kann ich das ausrüsten wo ist denn das gebäude das wird heute gerne an der boot gebäude wo ist das einfaches kleines haus die 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 menschen da war kann man das haben auch keiner drehen mit der frau war mit nitten genau schön am fluss so der mut okay das ist jetzt ziemlich nah am fluss aber das macht ja nichts heutzutage zahlt man ja sehr viel geld für häuser oder wohnungen mit wasserblick man kann auch in einer wasserbeginn stellen aus der augenwasser blick das ist koch neun steine ok ist überhaupt kein problem feiner regelt seiner regelt bei nur der nummer viel viel dank also ich bin wirklich komplett von den socken die meint natürlich nur er hätte ich hätte überhaupt gar nicht ich hätte gar nicht gedacht dass du auch irgendwelche kriegs erreicht diese videos das ist ja voll mit dem mist aber gut geht jetzt auf die spiele kriegs wenn man sich hat so andere videos anguckt da hast du ja auch so 10 20.000 über 100.000 knicks oh mein gott das sind ja auch note die machen das ja jahrelang schon oder jahrzehnt sogar schon und die machen das ja auch alles hauptberuflich also die verdienen ja damit mit geld so das eine verdient hat andersweitig sein geld der weiner macht auch mit selber also das wie immer gesagt haben so lecker mit weil wir sind ja hier im bade wird und zählt ja hier der honig ist natürlich 1a für die medierstellung ne so das ist so mein hobby so ein bisschen neben geht trinken mit herstellen ne mein spaß ist das also schon das ist noch voll mit aber mit mir trinken und so das war jetzt spaß so was muss ich ich will doch jetzt hier ich will jetzt hier wo sind denn die ganze zeit steine hallo ich brauche steine dazu also dass das tutorial hatte recht steine sind schwer zu finden obwohl man hier irgendwie das also ja ich hab neun okay dann brauchen wir schneiden aber aus fertig die die damit wir schlafen denken weil das wird nämlich gleich dunkel das fundament ist fertig neues gebäude freigeschaltet von nennen richtig gut da bitte auch nicht verdursten aber jetzt verstehe ich das mit denen mit den altstämmen sonst hätte ich jetzt immer nur fünfte kann können oder sogar auch schon wieder eine reine schulung jetzt oder haus noch fertig und dann werde ich mal diesmal ein anderes spiel zu machen mal gucken aber wenn auf jeden fall nur mit zweiter folge so ist das jetzt nicht so das ist gut der hat bei die online gedauert wie sie meinen passenden deckel zum topf gefunden ab aber ja ich hätte auch niemals gedacht dass ich den hier in bayern findet aber naja das kann sich das nicht aussuchen ja gut doch ein stückzeit kann man sich das aussuchen aber der gewiss hat es bleibt der einer risu ist wirklich so und wie gesagt leute lasst mir gerne in den kommentaren vorschläge für spieler wird so weniger buch dürfen also müssen keine kostenlose spiele seien also kostenlose spiele wir müssen die unbedingt sein die abgabe die große auswahl an steam steam spiele das ist das ja nicht weil die leute die sind sehr super selber glaube ich und werde ich aber jetzt auch immer mit anfangen heißt ja einer dann würde doch bei uns und steam account und letztens ist da zu ihrer formen zu stimmen alle gesagt was soll ich anfangen wo wird soll ich anfangen mit stimmen was ist das ja da ist das gleiche was du jetzt machst das ist live ja wie live verstehe ich nicht wie im fernsehen oder was ja genau so ne das ist live so da setzt du mich vom pc und redest auch nur da sind dann die zuschauer die die dann dein video kommentieren oder oder zugucken halt live dabei du kannst live mit dem youtube agieren dachte mir aber brauche ich denn dafür ja da musst du wieder dat installieren und da brauchst du dafür und gesagt ja jacob oder das gut sein gleich später mal mal gucken wenn ich schon wieder Leute brauchst dadurch etc wer noch da muss installiert werdenности gut immer noch was ich mich für autor ausfällig jetzt das ist aber ganz schön luker hier feuerchen war denen auf einmal jetzt die fakkel hier ja gut ich würde sagen kann ab jetzt mal aufhören hier ja nur die ich würde sagen wir machen jetzt jemanden tag ja bei 30 minuten sind und ich würde sagen vielen dank erstmal für alles und wenn euch doch gefahren hat vergesst nicht gleich und abo dazu lassen der reiner wird sich freuen und ja leute wir sehen uns im nächsten video wie gesagt anregungen und kommentare könnte gerne da lassen der reiner wird sich freuen und dieser war wir sehen uns in nächsten video wir bis dahin aufhören heute auf wieder